Warum steht ihr hier alle noch so wohl herum und guckt euch an? Ja, guckt uns die Helden an, ja! Ich hab keine Ausdauer, deswegen kann ich dich nicht heilen. Aua! Warte! So bin ich wieder hier, ah! Ich hab mich auf einmal da unten geportet. So, bist du da drin? Oh! Warum schlagt ihr euch alle nur an? Boah, was ist denn jetzt kämpfen? Warum steht ihr hier alle nur so wohl herum und guckt euch an? Ja, du fliegst raus. Ja, du fliegst raus, oder ich? Warte, wo bist du jetzt hinter mir? Du standst doch grad vor mir! Oh Gott! Ihr steht hier gerade nur! Ultimate! Ultimate! Ich versteh kein Wort, Daniel! Ich geh gleich wieder raus! Oh, ein Himmelscherbe! Ich versteh kein Wort von dem, was du da gehst! Ich bin rausgehoben! Ja! Jetzt! Das Lachen, das hab ich gehört! Ich bin rausgehoben! Ja, das hab ich gemerkt! Ich hab euch alle nur angestarrt! Jetzt kann ich dich wieder verstehen, Guren! Ich sehe nur, wie du irgendwie so ein Anstarrwettbewerb mit so zwei anderen Leuten hast! Oh Gott, das ist ein Kostakt! Was ist denn hier für ein Spielzeug drin? Was ist das denn? Was ist das? Vielleicht ein selbstzusammenbaubares Auto? Das ist ein Ü-Rei für Mädchen! Warum machst du denn so was? Ich weiß es nicht, ich meine, als wir einkaufen waren irgendwie... Wollte hier irgendwie so ein Nest hier so machen, da sollte ich mir ein paar Sachen aussuchen! Da hab ich eigentlich ein Ü-Rei genommen, aber da... Die hatten keine normalen mehr, da musste ich eins vom Mädchen nehmen! Musste! Ja, Daniel, was? Braver Bastard! Jetzt geh in den Scheißeinkopf! Ich weiß, hab ich hier irgendwie so eine Fingerpuppe oder was auch immer sein soll! Was soll das sein? Das Ding, die raus, als ob das irgendwie sterben wollen! Ja, da hat das irgendwie so eine Kuh irgendwie und da drunter ist irgendwie so ein Netz oder irgendwie so! Kannst du damit hüpfen oder was? Ich schwöre, ich höre gleich einfach nur, wie das Ding gegen die Wand knallt und so Einzelteile auf den Boden prasseln! Ja! Ja, das ist gefährlich, Daniel! Gleich hast du das im Arm! Im Arm! Das funktioniert doch gar nicht, ey! Du willst halt n' Drücken und dann... Ja, der Junge auf dem Bild, der macht das so einfach irgendwie! Wieso ist denn da ein Junge auf dem Bild? Verdammt! Ich schwöre, wenn der Daniel nicht weiß, wie das funktioniert, schmeißt der dann einfach nicht gegen die Wand! Keine Ahnung! Weiter! Ich komm' überhaupt da oben nach... ...und dann lebt den von zu... Das muss er aufziehen! Ich benutze ihn als Fingerpupfer! Oh, ey! Lang ist, buttert, arm schnell die Klinge! Tief ist der Schnitt und schleichend das Gift! Betet, O Gläubige, betet, dass euer Tod rasch komme! Betet, O Gläubige, betet, dass euer Tod still sei! Ich hab' heute noch die Videos bearbeitet, da hast du genau dasselbe gelesen! Stimmt doch nicht! Und wo liest du das denn überhaupt? Auf den Büchern, du Affe! Was? Aus Büchern! Ich geh' an'n Bücherregal und dann lese ich das! Aber schon wieder das gleiche? Was weiß ich, ey! Wann hab' ich das denn schon mal gelesen? So bin ich bekannt worden! In der Aufnahme, die ich heute irgendwie bearbeitet hab, hast du auch das gleiche gelesen! Was? Was? Ja, dann hat'n halt jede Bücherei dieselben Bücher, was weiß ich jetzt! Nee! Refrain der Frauen, ach liebe Damen, sei zu gut! Sei von den Fürsten auf der Flut, auf der Hut! Nehmt ihr zum Tanzen seine Hand! Voll Hoffnung auf der liebe Band! Erteilt der Fluch euch voll und ganz! Das erste ist der letzte Tanz! Das erste ist der letzte Tanz! Was machst du denn da schon wieder? Bist du schon wieder? Ich bin umgefallen! Bin umgefallen! Wie war rennst du da hinten durch die Gegend? Ah! Der müsste eigentlich jetzt ne kaputte Hand haben! Hättest du! Seid ihr die jetzt wahrsten? Ja! Der müsste eigentlich jetzt ne kaputte Hand haben! Hättest du! Der müsste sich dann öffnen durch so ne scheiß Rauchgranate! Du sollst das solange wir füttern, bis das voll ist! Bis das platzt! Das ist doch schon voll! Ja, jetzt musst du warten! Oder hier! Kontakt zu hier! Mal aktivieren! Oh, guck mal! Oh! Mein Frosch hat gewonnen! Welcher ist wohl meiner? Ich meine er ist scheiße! Was? Ich hab verloren! Du hast ihn aber füttert, du Idiot! Muss er nochmal machen? Ja! Du musst ihn immer füttern und dann untersuchen! Ja, mach ich doch, ey! Ja! Ja! Aber nur so lange, bis da steht, satt! Der war beim Platzen! Ja! Stehst du da jetzt? Ja! Mach's klar! Der Frosch ist trotzdem scheiße, ey! Doch was machst du denn mit dir? Jetzt hat er gewonnen! Da war ein Spasti auf der Rennstrecke! Ja, das ist ein Hindernisse! Steht denn der auf der scheiß Kiste? Da kann der sonst nicht über die Randung gucken, oder? Ja! Ja, guck dir das nochmal an, ey! Ja, selbst Kinder sind größer als... Selbst du bist größer als dich, scheiße! Ja! Ja! Wir sind jetzt die Kings! Ja! Kann die Lieder vor uns? Ja! Stuo! Tanz für mich! Was ist denn in der Truhe? Ein Kohund. Oh mein Gott, da ist das Ei gerollt. Was soll denn das sonst gewesen sein? Ein Auge oder was? Oder vielleicht ein Vater? Der ist vom Tisch gerollt. Der macht auch so komische Plastikrunde Geräusche. Ich weiß nicht, wie sich ein Überraschungsei anhört. Das war die gelbe Kugel da, ey. Hätte auch sein können, dass du vom Stuhl gefallen bist. Aber das hört sich, glaube ich, nichts an. Woher du mit einer der Tüfe? Der Stock ist. Wart? Bist du? Was ist los? Äh, nächst. Oh, so, ja, okay. Ja, warum sehen wir auf einmal so aus? Entwurf, Wald, ey. Was weiß ich, ey. Vielleicht haben wir wieder irgendwas getrunken. Nichts als mich normal. Ich bin, oh ja. Warum sehen wir denn jetzt alle gleich aus? Da sitzt noch so ein Typ. Meine Brüder. Warum hast du denn so einen russischen Akzent, ey? Und die dreht sich die ganze Zeit im Kreis, ey. Ey, die ist mit dem Fächer durch mich durchgekommen. Was bin ich überhaupt in dir? Warum ist der Typ, der uns über die Pakete rausbringt? Ja, Daniel, so sieht der aus. Der bringt uns HSE-Pakete. So sieht der aus. Alles klar. Der bringt uns HSE-Pakete.